Dieser Kanal hat ein Ziel, dass du dich selbst reflektierst und ein selbstbestimmtes Leben führst. Lebst du ein selbstbestimmtes Leben oder reagierst du auf das, was andere von dir erwarten? Ich selber habe jahrelang schmerzhaft erleben dürfen, das Leben von anderen zu leben. Eine super vorzeigbare Tochter, die rechtzeitig heiratet, Kinder bekommt, ihre Ausbildung macht, arbeiten geht. Eine schöne, saubere Wohnung und immer saubere Kinder. Aber ich war nicht erfüllt. Ich habe nur das getan, was andere von mir erwartet haben. Ich hatte Masken an und wollte anderen gefallen. Mit der Zeit bin ich auf verschiedene Bücher gestoßen und habe mich gefragt, gibt es einen Weg, mein Leben erfüllter zu gestalten, aber in Frieden. Ich möchte keinen Stress haben mit meinen Eltern, mit meinen Partnern, mit den Menschen um mich herum. Ich möchte es friedlich gestalten, aber auch erfüllt sein als Frau, als Mutter, als Ehefrau, als Tochter und in meiner Bestimmung leben. Ist das möglich? Es hat Jahre gedauert, viele Seminare, viele Bücher und das Lernen der Gesetze, der geistigen Gesetze. Auf diesem Kanal gibt es für dich diese Tipps, diese Tricks, die ich selber genutzt habe, aus den Büchern, aus den Seminaren. Zusammengefasst immer in kurzen, knappen Videos, in der Regel kurz und knapp, die du für dich selber nutzen kannst, dein Leben leichter zu gestalten, diese Gesetze für dich zu nutzen, Blockaden zu lösen, Glaubenssätze zu hinterfragen, eigene Probleme zu lösen, die man jahrelang mit sich trägt. Wenn wir anfangen, gute Fragen zu stellen, wenn wir anfangen, unser Leben zu hinterfragen, warum bin ich hier, was ist mein Lebenssinn, was möchte ich erreichen, was möchte ich hier auf der Erde hinterlassen, dann bekommen wir auch gute Antworten. Und dann können wir unser Leben selbstbestimmt leben, so wie ich das möchte, meine Ziele erreichen und mich erfüllt fühlen. Trotz Haushalt, trotz Kinder, trotz all der Sachen, die draußen auf mich warten. Es ist möglich, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Ich bitte dich, diesen Kanal zu abonnieren, wenn dir der Inhalt gefällt. Schau dich auf meinen Kanal um. Es gibt ganz, ganz viele Videos zu den geistigen Themen, spirituell, psychisch, zu der Wissenschaft. Wie nutzt man das Gesetz der Anziehung? Wie nutze ich diese aktuelle Wissenschaft, was da alles gerade an Wissen da ist, das Quantenfeld für mich? Wie kann ich mit dem Quantenfeld kommunizieren? Wie kann ich Blockaden lösen? Wie kann ich Probleme lösen? Wie kann ich meine Kinder selbstbewusst erziehen? Wie kann ich meine Ziele erreichen? Es gibt viele Themen in diesem Bereich. Gesundheit, Fitness, Ernährung, Gedanken, Beruf, Beziehung. Und all das decke ich auf diesem Kanal ab. Wenn dir das gefällt, lass mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniere diesen Kanal und schau dich gerne in einem meiner nächsten Videos um. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.